Guten Morgen, liebe Geschwister, liebe Freunde. In dieser Predigt wollen wir uns mit dem Problem des verhärteten Herzens beschäftigen. Das Herz ist so etwas Zentrales, einfach als Einführung in das Thema, eine Stelle aus den Sprüchen von Salomo, Sprüche 4, Vers 23. Vers 23. Behüte dein Herz mehr als alles, was zu bewahren ist, denn von ihm aus sind die Ausgänge des Lebens. Das Herz ist so wichtig, so zentral in unserem Dasein, von ihm gehen alle Entscheidungen und alle Motivationen zum Leben aus. Natürlich müssen wir beachten, die Bibel unterscheidet zwischen dem Herz im wörtlichen Sinn, diesen Muskel in unserem Körper, und dem Herzen im übertragenen Sinn. Das Herz im wörtlichen Sinn beschreibt Salomo in Prediger 12, Vers 6, als die Schöpfwelle an der Zisterne. Jahrtausende, bevor man den Blutkreislauf entdeckt hatte in der Medizin, in der modernen Medizin, hat Salomo vom Herzen gesprochen als der Schöpfwelle an der Zisterne, die das Gefäß, den Eimer mit der Flüssigkeit raufbringt, in Bewegung setzt. Aber weil dieser Muskel eben so zentral ist für den Körper, er pumpt das Blut durch den ganzen Körper und ohne dieses ständige Pumpen ist gar nichts möglich, benutzt der Heilige Geist dieses wörtliche Herz als Bild für unsere innerste Persönlichkeit. Das Herz im übertragenen Sinn ist unsere innerste Persönlichkeit mit Gefühlen, aber auch mit Verstand. Die Bibel trennt nicht zwischen Gefühlen und Verstand. Das muss eine Einheit sein. Im westlichen Denken hat man das künstlich aufgespalten. Man spricht vom Kopf und vom Herz. Aber die Bibel spricht vom Herzen. Da wird gedacht, da wird gefühlt, da wird entschlossen. Geist und Seele ist gewissermaßen im Herzen kompakt enthalten. Und dieses Herz müssen wir behüten und ganz besonders aufpassen. Und weiter in Sprüche 23, Vers 26 heißt es, Gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass deine Augen gefallen haben an meinen Wegen. Der Jesus spricht so persönlich zu uns. Er möchte, dass wir ihm unser Herz geben. Dass es ganz in seiner Hand ist und ganz unter seiner Führung und seiner Kontrolle. Das als Einführung in das eigentliche Thema, eben das verhärtete Herz. Und dabei geht es um 2. Mose 1 bis 15. Da spielt dieses Thema des verhärteten Herzens eine ganz zentrale Rolle. Und wir schlagen dazu auf aus 2. Mose 4 und lesen Verse 21 bis 23. Und der Herr sprach zu Mose, wenn du hinziehst, um nach Ägypten zurückzukehren, so sieh zu, dass du alle Wunder, die ich in deine Hand gelegt habe, vor dem Pharao tust. Und ich werde sein Herz verhärten, sodass er das Volk nicht ziehen lassen wird. Und du sollst zu dem Pharao sagen, so spricht der Herr. Mein Sohn, mein Erstgeborener ist Israel. Und ich sage zu dir, lass meinen Sohn ziehen, damit er mir dient. Und weigerst du dich, ihn ziehen zu lassen, siehe, so werde ich deinen Sohn, deinen Erstgeborenen, töten. Mose bekam den Auftrag, das Volk Israel, das in der Sklaverei in Ägypten war, unter dieser grauenhaften Herrschaft des Pharao, herauszuführen in die Freiheit. Und das Ziel dieser Erlösung aus Ägypten war, Gottesdienst. Lass meinen Sohn ziehen, damit er mir dient. Gott möchte, dass wir ihm Gottesdienst darbringen. Und das ist das Zentralste und Wichtigste in unserem Dasein im Leben. Und nun ist es interessant, dass Gott eben Israel als seinen Sohn vorstellt. Und das im Kontrast zu dem Sohn von dem Pharao. In Ägypten betrachtete sich der Pharao als Gott. Und zwar, sobald der Pharao auf den Thron kam, wurde er nach ihrer Religion identifiziert mit Horus. Das ist dieser Falkengott, der betrachtet wurde als Gott des Himmels, der zwei Augen hat. Ein Auge sei die Sonne, auch wieder ein Gott, der Gott Ra, und das andere Auge der Mond. Und die Ägypter lehrten, Horus ist der Schützer der Kinder. Nun sagt der Herr, lass Israel meinen Sohn ziehen. Denn der Pharao hat diesen Sohn unterdrückt und geplagt. Und Gott sagt, ich sorge für meinen Sohn und schütze das Leben meines Sohnes. Und wenn du ihn nicht gehen lässt, meinen Sohn Israel, dann werde ich deinen Sohn, den Erstgeborenen, töten. Und nun, in dieser ganzen Geschichte spielt eben das Herz eine ganz wichtige Rolle. Zunächst ging Mose mit Aaron zu dem Pharao hinein und vollbrachte ein sehr beeindruckendes Wunder. Er warf seinen Stab zu Boden und es wurde zur Schlange. Allerdings, die Zauberer in Ägypten, die taten auch so etwas. Aber die Schlange von Mose fraß diese Schlangen der Zauberer auf. Und was war die Reaktion? Diese eindrücklichen Demonstration der Überlegenheit von dem Herrn mit Großbuchstaben. Yahweh, der einzig wahre Gott, der Gott der Bibel. Nun, in 2. Mose 7, Vers 13 lesen wir, Und das Herz des Pharao verhärtete sich und er hörte nicht auf sie, so wie der Herr geredet hatte. Das Herz wurde hart. Er war nicht bereit, auf Gottes Wort zu hören. Ein hartes Herz verschließt sich dem Reden Gottes. Und wir haben ganz am Anfang gesungen, Rede Herr, ich höre. Und dieses Herz wollte nicht hören auf das Wort Gottes. Und wer hat das Herz verhärtet? Das Subjekt im Satz ist, und das Herz des Pharao verhärtete sich. Seine eigene innerste Persönlichkeit entschied sich, nein, ich will nicht hören. Nun, in der Folge kommen die Plagen über Ägypten. Zuerst die Plage mit Blut. Das haben wir in der Predigt vor kurzer Zeit in einem ganz anderen Zusammenhang, in einem prophetischen Zusammenhang angeschaut. Aber jetzt gehen wir durch diese Kapitel aus einer ganz anderen Blickrichtung. und nach dieser ersten Plage, wie war die Reaktion? In Kapitel 7, Vers 22 lesen wir, Und die Wahrsagepriester Ägyptens taten ebenso mit ihren Zauberkünsten. Und das Herz des Pharaos verhärtete sich, und er hörte nicht auf sie, so wie der Herr geredet hatte. Das Herz hat sich wieder zugetan, ein zweites Mal. Gott gab dem Pharao eine zweite Chance, aber er verschloss sich wieder. Und wieder das Subjekt hier im Satz ist das Herz, das Zentrum seiner Persönlichkeit, entschied, nein, ich will nicht hören. Und dann kam die nächste Plage mit Fröschen. Und die Reaktion ist genau gleich in Kapitel 8, Vers 11. Und als der Pharao sah, dass Erleichterung geworden war, da verstockte er sein Herz. Und er hörte nicht auf sie, so wie der Herr geredet hatte. Wer ist der Handelnde hier im Satz? Er. Das Fürwort er. Der Pharao. Die Person des Pharao. Vorhin haben wir gelesen, das Herz. Das ist das Innerste der Persönlichkeit. Und hier wird es anders ausgedrückt. Er. Er hat das gemacht. Er hat sein Herz verstockt. Nun, Gott hat dem Mose vorausgesagt, es wird so herauskommen. Der Pharao wird nicht hören. Aber wer hat es getan? Der Pharao hat es getan. Er hat sein Herz versteckt, verstockt. Und dann kam die nächste Plage. Und interessant ist dieses. Eine Plage kommt, der Pharao ist unter Druck und es ist ganz schrecklich für ihn, aber sobald die Plage vorbei ist, ist auch die ganze Aufregung vorbei und er verschließt sich dem Wort. Und das müssen wir uns heute in dieser Corona-Plage, die die ganze Welt betrifft, mit diesem Shutdown, das hat es in der ganzen Geschichte noch nie gegeben, dass die ganze Welt zugeschlossen wird. Das erste Mal. Und viele Menschen sind unter Druck und viele Menschen fragen sich, wo ist Gott? Und viele Menschen werden auch fragend. Und es ist eine größere Offenheit für das Wort Gottes, für das Evangelium da. Aber jetzt sehen wir langsam, in den kommenden Tagen wird dieser Lockdown erleichtert und man sieht schon gewisse Etappen, wie das schließlich zu einer Auflösung kommen soll. Und jetzt ist die große Frage, nach Corona, was kommt? Und hier haben wir gelesen, dass der Pharao sah, dass Erleichterung geworden war. Da verstockte er sein Herz. Die Frage ist, was geschieht nachher? Die Menschen, die jetzt eine gewisse Öffnung gezeigt haben für das Wort, was geschieht nachher? Ist es wieder genau gleich wie vorher? Das ist die Frage. Und das ist die Gefahr. Aber wenn man Gottes Reden und Gott spricht durch diese Plage beiseite schiebt, dann ist die große Gefahr da, dass man sich verhärtet. Immer mehr verhärtet. Nun, es kommt dann eine weitere Plage. Die Läuseplage und die Reaktion ist auch da wieder Verhärtung in Kapitel 8, Vers 15. Da sprachen die Wahrsagepriester zum Pharao, das ist Gottes Finger. Die merken, so etwas können wir nicht aus toter Materie, aus Staub Läuse produzieren. Das kann Satan nicht. Das können diese Zauberer nicht. Sie merken, das ist Gottes Finger. Und trotzdem lesen wir, aber das Herz des Pharao verhärtete sich. Wer verhärtet? Das Herz des Pharao. Er entschließt sich. Im Herzen, da, wo die Ausgänge des Lebens sind. Das, was eben so zu bewahren wäre, das verschließt er. Und das ist jetzt zum vierten Mal. Und das ist sehr beachtenswert. Der Mensch darf grundsätzlich wissen, dass Gott ihn in seinem Leben mindestens dreimal ruft. ganz klar. In Hiob 33 erklärt der Weise und Jüngste der vier Freunde Hiobs, wie Gott handelt. Und er sagt in Hiob 33 Vers 29, nachdem er verschiedene Handlungsweisen Gottes beschrieben hat, unter anderem auch durch Krankheit, die einen Menschen bis ans Tor des Todes führen kann, aber dann ist das die Chance, um umzukehren. Dann sagt er, siehe das alles, Hiob 33 Vers 29, siehe das alles tut Gott zwei, dreimal mit dem Mann, um seine Seele abzuwenden von der Grube, dass sie erleuchtet werde von dem Licht der Lebendigen. Das ist ein sogenannter Zahlenspruch, das gibt es sehr oft in der Bibel, zum Beispiel Sprüche 30, immer wieder drei sind es, aber vier. Das letzte wird dann besonders betont. Oder auch in Amos eins, wegen drei Freveltaten, wegen vier werde ich es nicht zurücknehmen. Das vierte wird dann besonders betont. Und hier haben wir, siehe das tut Gott, zwei, dreimal. Das drei wird betont durch diesen Zahlenspruch und das heißt, Gott spricht grundsätzlich mit jedem Menschen dreimal, weil Gott möchte, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. 1. Timotheus 2, Vers 4. Und Petrus sagt in 2. Petrus 3, Vers 9, dass Gott nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass sie alle zur Buße kommen. Das ist Gottes Liebeswille, gegenüber einer verlorenen Welt. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Aber jetzt sehen wir, ein viertes Mal verhärtet der Pharao sein Herz. Gott sprach nicht nur dreimal zu ihm, sondern bereits viermal und zwar ganz deutlich und trotzdem verschließt er sich. Und viele können das bezeugen, ja, ich habe das erlebt, dass Gott in meinem Leben deutlich mehr als dreimal gesprochen hat. Aber dann muss man sich im Klaren sein, was mehr ist als drei, ist eigentlich nicht das, was man erwarten kann. Das ist zusätzliche Gnade. Es kann sein, dass Leute gebetet haben. Nicht wahr? Man kann nicht einfach beten und dann kommt jemand zum Glauben. Wer sich bekehrt, der muss sich selber bekehren. Darum sagt Apostelgeschichte 3, so tut nun Buße und bekehret euch. Das ist der Ruf an den verlorenen Menschen und es ist seine Verantwortung, sich zu bekehren. Aber wenn Gott eben mehrmals ruft, mehr und mehr als dreimal, dann ist das eine besondere Gnade und das kann sein, dass Leute gebetet haben. Herr, wirk an ihm und Gott sieht noch mehr. Aber seine Reaktion, aber, dieses böse Wort hier, aber, das Herz des Pharao verhärtete sich. Aber es ging weiter. Es kam eine vierte Plage über Ägypten, die Huns fliegen und wieder reagiert der Pharao mit Verstockung. Und zwar in Kapitel 8, 28. Aber der Pharao verstockte sein Herz auch dieses Mal und ließ das Volk nicht ziehen. Das erste Mal heißt es hier als Subjekt der Pharao verstockte. Wir haben gelesen, er verstockte sich, 8 Vers 11. Wir haben gelesen, das Herz verhärtete sich. Und hier wird klar gemacht, obwohl zum ersten Mal steht, der Pharao, das heißt, der Pharao verstockte sein Herz auch dieses Mal. Ebenso wie in den vorherigen Malen. Das Herz verstockte sich, er verhärtete sich oder verstockte sich und nun, der Pharao verstockte sein Herz, das ist gleichbedeutend. Bis dahin. Und es kommt eine nächste Plage, aber danach lesen wir in 9 Vers 7 Und der Pharao sandte hin und siehe vom Vieh Israel zwar auch nicht eines gestorben. Die Isoliten wurden verschont ab der fünften Plage, ab der vierten Plage und dann auch eben in der fünften selbstverständlich und das beeindruckt den Pharao trotzdem nicht. Wir lesen aber wieder dieses Wort, das so dramatisch ist, aber das Herz des Pharao verstockte sich und er ließ das Volk nicht ziehen. Sechsmal. Sechsmal eine Chance und sechsmal die Chance verpasst. Zweimal, dreimal. Das ist ja genau das Doppelte von dem grundsätzlichen Programm Gottes nach Job 33 Vers 29 und es geht weiter. Es kommt die Plage mit den Geschwüren, die sechste Plage, aber das ist eben dann das siebte Mal, wo der Pharao herausgefordert wird, sich zu bekehren. Aber wir lesen im Kapitel 9 Vers 12 und der Herr verhärtete das Herz des Pharao und er hörte nicht auf sie, so wie der Herr zu Mose geredet hatte. Jetzt heißt es beim siebten Mal, der Herr verstockte, verhärtete das Herz des Pharaos. Jetzt war es zu spät. Die Gnadenzeit war vorbei. Die Gnadenzeit des Menschen ist spätestens vorbei mit dem Tod, mit dem leiblichen Tod. Da, wo der Baum fällt, da bleibt er liegen. So sagt es Salomo im Prediger. Kapitel 11 und Hebräer 9 Vers 27 Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Einmal zu sterben, danach das Gericht. Das ist der Grundsatz für den natürlichen Menschen. Und weiter sagt der Jesus in Markus 2 Der Sohn des Menschen ist gekommen. Er erklärt, dass sein Kommen dort bedeutet, dass er Gewalt hat, auf Erden Sünden zu vergeben. In Lukas 19 Vers 10 sagt er, der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten. Aber in Markus 2 sagt er, der Sohn des Menschen hat Gewalt, Sünden zu vergeben, auf Erden. Warum auf Erden? Weil Sündenvergebung nur möglich ist, solange wir auf der Erde leben. Mit dem Tod ist es zu spät. Definitiv zu spät. Darum als dem reichen Mann in der Geschichte in Lukas 16 die Augen aufging, das war zu spät, das war bereits im Jenseits, im Hades. Das ganze Leben lang war er blind und dann war es zu spät. Vor einiger Zeit in Südfrankreich war ich an einem Grab, ein uraltes Grab und da stand drauf maintenant je sais tout. Jetzt weiß ich alles. Und ich habe gedacht, schrecklich, das ist zu spät. Wenn man nach dem Tod weiß, was die Wahrheit ist, das ist zu spät, man muss sich vorher bekehren. Und man muss ja nicht meinen, ja gut, ich warte mal, bis ich auf dem Sterbebett bin. Nein, im Fall des Pharaos sehen wir, das kann auch zu Lebzeiten geschehen, dass Gott das Herz verhärtet. Das siebte Mal, da war es zu spät. Und Gott wusste ihm voraus, dass der Pharao eben sich sechsmal verhärten würde. Und darum hat Gott schon vor diesem Reden zum Pharao in 2. Mose 4, das haben wir gelesen, Vers 21 gesagt am Schluss, und ich werde sein Herz verhärten, sodass er das Volk nicht ziehen lassen wird. Das hebräische Verb kann übersetzt werden als ein Futur, ich will, ich werde, oder modal, ich will. Man benutzt für beide Ausdrucksweisen die gleiche Form auf Hebräisch. Aber hier sollte man das unbedingt übersetzen mit Futur. In Zukunft, ich werde sein Herz verhärten. Gott wusste im Voraus, dass der Pharao auf sein Rufen, auf sein Ziehen zur Buße nicht reagieren würde, dass er sein Herz verschließen würde. Und so wusste Gott, dass eben der Moment kommen wird, wo er schließlich dem Pharao mit abgelaufener Gnadenzeit das Herz verhärten würde. Das ist ein sehr wichtiger Begriff in der Bibel, die Vorkenntnis Gottes. In 1. Petrus 1 lesen wir, da spricht Petrus zu den Erlösten und sagt in 1. Petrus 1, Vers 2, auserwählt nach Vorkenntnis Gottes des Vaters. Und dieses Wort Vorkenntnis ist auf Griechisch Prognosis. Und das bedeutet Vorherwissen bei der Wetterprognose. Wenn die heute sagen, morgen wird es so und so warm sein in Hunzenspiel und das Wetter wird so und so sein und die Sonnen-Wolken-Verhältnisse so und so, die Windgeschwindigkeit so und so, dann bewirken die das nicht durch einen Beschluss, durch ihre Vorkenntnis, sondern sie wissen, im Voraus, wie das herauskommt. Das ist Prognosis. Und Gott hat nicht festgelegt, dieser Mensch bekehrt sich, weil ich ihn bekehre, und dieser Mensch wird sich nie bekehren, weil ich ihn nicht bekehren will. Das ist nicht das, was die Bibel lehrt, sondern Gott weiss im Voraus, wie wir in eigener Verantwortung von unserem Herzen aus entscheiden werden. Wenn Gott uns zieht, wir hätten ihn ja nie gesucht. Römer 3 sagt, da ist keine der Gottsuche, aber Gott zieht. Und dieses Ziehen macht uns unendlich verantwortlich vor Gott. Und darum lesen wir in Römer 2 Vers 4 oder verachtest du den Reichtum seiner Güte und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet. Also Gott leitet den Menschen in seiner Güte zur Buße. Das hat er auch beim Pharao getan. Und zwar so eindrücklich, hat er gesprochen sechsmal. Aber dann heißt es, nach deinem Starrsinn und deinem unbußfertigen Herzen aber häufst du dir selbst Zorn auf am Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, der jedem vergelten wird nach seinen Werken. Nicht Gott bewirkt den Starrsinn und das unbußfertige Herz, sondern der Mensch, der nicht will, der sich nicht ziehen lässt, macht es selbst und darum heißt es, häufst du dir selbst Zorn auf. Das macht klar, Gott zieht die Menschen, die sich einmal bekehren werden und er zieht auch die Menschen, die sich einmal nicht bekehren werden. Aber Gott wusste es im Voraus und darum hat er nach 1. Petrus 1, Vers 2 diese Menschen, von denen er in seiner Vorkenntnis wusste, sie würden sich bekehren, die hat er auserwählt zur Blutbesprengung Jesu. Und da kam einmal ein Bruder zu einer Schwester und die war am weinen und er sagt, was ist? Sie ist so, so, so traurig, sie habe 1. Petrus 1 gelesen, zeig mir die Stelle und hat sie vorgelesen, außerwählt nach Zuvorbestimmung Gottes. Und er hat sie gesagt, sehr furchtbar. Eben, die einen sind zuvorbestimmt, dass sie errettet werden und die anderen eben nicht und die gehen einfach verloren. Und er erklärte ihr, nein, hier steht nicht Zuvorbestimmung, sondern hier steht Vorkenntnis, Prognosis, quasi wie Wetterprognose. Und diese Schwester kam so aus diesem Tief heraus, weil sie gesehen hat, was das Wort wirklich sagt. Aufgrund dieser Vorkenntnis hat dann Gott auswählt und beziehungsweise zuvorbestimmt nach Römer 8 zur Sohnschaft. Er sagte, diese Menschen, die einmal umkehren werden, denen schenke ich. die Gotteskindschaft, die Sohnschaft. Wir gehen weiter in 2. Mose, dann kam die siebte Plage und es kommt zur achten Verhärtung in Kapitel 9, Vers 34. Und als der Pharao sah, dass der Regen und der Hagel und der Donner aufgehört hatten, da fuhr er fort zu sündigen. Er, sein Herz, und es heißt, und verstockte sein Herz, er und seine Knechte. Das sind seine Minister. Im Hebräischen drückt man im altebräischen Minister aus mit Knechte. Und dann heißt es, und das Herz des Pharao verhärtete sich, und er ließ die Kinder Israel nicht ziehen, so wie der Herr durch Mose geredet hatte. Wer tut das? Er. Aber in diesem Fall müssen wir dazunehmen, 10 Vers 1. Und der Herr sprach zu Mose, geh zum Pharao hinein, denn ich habe sein Herz verstockt und das Herz seiner Knechte. Da sind jetzt zwei Seiten. Er verhärtet sich, aber es hängt hier zusammen, dass Gott sein Herz verhärtet hatte. Er konnte auch gar nicht anders. Das ist nicht mehr dasselbe wie bei den ersten sechs Malen. Und wenn wir weiter gehen, es kommt wieder eine Plage. Und wie ist die nächste Reaktion? Reaktion Nummer 9 in 10 Vers 20 Und der Herr verhärtete das Herz des Pharaos und er ließ die Kinder Israel nicht ziehen. Sehen wir, in jedem Fall wird gesagt, dass der Herr dahinter steckt. dahinter steht, bei sieben, acht und jetzt auch neun. Und dann kommt die Finsternis. Und wie ist die Reaktion dann? In 10 Vers 27 Aber der Herr verhärtete das Herz des Pharaos und er wollte sie nicht ziehen lassen. Es ist der Herr. Er verhärtet. Und dann in Kapitel 11 sagt Gott rückblickend, nicht wahr? 11 Vers 9 wird in der Elbefelder ganz korrekt vorzeitig übersetzt. Und der Herr hatte zu Mose gesagt, der Pharao wird nicht auf euch hören. Das ist ein Rückblick und darum in Vers 10 wenn es dann heißt, Mose und Aaron haben alle diese Wunder getan vor dem Pharao, aber der Herr verhärtete das Herz des Pharao. Das ist nicht ein weiteres Verhärten, sondern das ist zusammenfassend als Rückblick. Und dann kommt Kapitel 12 das Passa und schließlich der Tod der Erstgeborenen und der Tod des Sohnes des Pharao. Da erfüllt der Herr, was er angekündigt hatte. Wenn du meinen Sohn Israel nicht ziehen lässt, dann werde ich deinen Sohn töten. Und damit wurde klar, dass Horus kein Gott ist, dass der Pharao kein Gott ist. Er konnte seinen Sohn nicht schützen und er konnte die Söhne der Ägypter nicht schützen, sondern der Herr ging durch Ägyptenland und übte das Gericht aus. Und dieser Schlag, die zehnte Plage, die ganz für sich steht, ist der Höhepunkt. Und das führt dazu nicht, dass das Herz des Pharaos weich wird, aber jetzt kann er nicht mehr. Und er jagt die Kinder Israel weg. Er bittet sie, sie sollen sofort gehen. Und sie gehen in die Freiheit. Aber dann später reut es ihn. In Kapitel 14, Vers 4 sagt Gott, und ich will das Herz des Pharaos verhärten, sodass er ihnen nachjagt. Also, er lässt sie gehen, aber danach verhärtet Gott nochmals sein Herz. Hier kündigt das Gott an, und es geschieht in Vers 5, und es wurde dem König von Ägypten berichtet, dass das Volk geflohen sei. Da verwandelte sich das Herz des Pharao und seiner Knechte gegen das Volk. Und sie sprachen, was haben wir getan, dass wir Israel aus unserem Dienst haben ziehen lassen? Er spannt seinen Wagen und geht mit der Armee hinten her. Gott verwandelt sein Herz durch Verhärtung. Das ist das elfte Mal. Und dann nochmals in Vers 8, und der Herr verhärtete das Herz des Pharaos, des Königs von Ägypten, und er jagte den Kindern Israel nach. Eine doppelte Verhärtung, Nummer elf und zwölf, und dann kommt in diesem Kapitel das Ende des Pharaos. im Roten Meer, im Schilfmeer. Er stirbt. Der Tod. Und das ist sehr dramatisch, weil die Ägypter lehrten, der Weg zur Errettung ist der Weg eines harten Herzens. Ja, das war die Lehre der ägyptischen Religion, um errettet zu werden, muss man ein hartes, verhärtetes Herz haben. Aber die Bibel zeigt, das verhärtete Herz führte den Pharao in den Tod. Natürlich, zweimal war es für den Pharao so beengend, das Reden Gottes, dass er sogar seine Sünde bekannte. Gehen wir zurück, Kapitel 9, Vers 27, und der Pharao sandte hin und ließ Mose und Aaron rufen und sprach zu ihnen, ich habe dieses Mal gesündigt, der Herr ist der Gerechte, ich aber mein Volk sind die Schuldigen, er bekennt seine Sünde. Aber das war, nachdem der Herr bereits die Gnadenzeit gestoppt hatte. Hier, 9, Vers 27, das ist nach 9, Vers 12, wo der Herr das Herz verhärtete. Und nochmals in Kapitel 10, Vers 16, und der Pharao rief Mose und Aaron eilend und sprach, ich habe gesündigt gegen den Herrn, euren Gott und gegen euch und nun vergibt doch meine Sünde nur dieses Mal und fleht zu dem Herrn eurem Gott, dass er nur diesen Tod von mir weg nehme. Nochmals, er tut Buße, könnte man sagen. Ich habe gesündigt und er bittet um Vergebung und trotzdem stirbt er. Ganz dramatisch. Wir haben noch weitere Beispiele von Menschen, die sagen, ich habe gesündigt und dann enden sie ganz dramatisch im Tod. Wenn wir denken im Neuen Testament an Judas in Matthäus 27, 3 bis 4, er kommt zu den führenden Priestern und sagt, ich habe unschuldiges Blut vergossen. Und er bereut, aber nachher geht er hin und er hängt sich. Selbstmord. So dramatisch. Oder denken wir an William in 4. Mose 22, Vers 34. Er anerkennt, ich habe gesündigt, aber später wird er von den Kindern Israel wegen seiner schweren Sünde getötet. Und denken wir Herrn König Saul in 1. Samuel 15, 24 und auch Vers 30, da sagt er, ich habe gesündigt. Aber später endet er im Selbstmord. Und wir merken, die Buße war nicht echt bei Saul, denn in 1. Samuel 15, Vers 30, da sagt er, ich habe gesündigt und nun ehre mich vor den Ältesten. Er wollte die Ehre bei den Menschen. Und wenn man sich beugt vor dem Herrn, dann hat man nicht mehr den Blick auf seine Ehre. Und da wird klar, das war nicht ein echtes Bekenntnis. Man kann also sagen, ich habe gesündigt und es ist doch nicht echt. Und es ist so anders in 2. Samuel 12. David hatte sein Herz auch verhärtet. Nach dieser schrecklichen Sünde mit dem Mord an Uriah und mit dem Ehebruch mit Batsheva. Aber dort kommt er zum Zusammenbruch. In 2. Samuel 12. Durch das Wort Gottes gesprochen durch den Propheten Nathan. Und er sagt, ich habe gesündigt. Und sofort sagt der Prophet, so hat der Herr dir auch vergeben. Er muss ihm zwar ankündigen, es kommt Zucht über ihn, also wenn jemand sagt, ich habe gesündigt, das bedeutet nicht, dass dann keine Zucht kommt. Aber da geht es darum, du hast Anlass gegeben, den Feinden Gott zu lästern. Und da geht es darum, dass die Ehre Gottes wiederhergestellt wird in dem zerstörten Zeugnis. Aber sofort konnte er ihm sagen, so hat der Herr auch deine Sünde vergeben. Gott sieht in das Herz hinein, ob das Bekenntnis echt ist. Und das war nicht echt bei dem Pharao. Und der Grundsatz wird umschrieben in 2. Korinther 7, Vers 10. Dort lesen wir, es gibt zwei verschiedene Arten von Buße. 2. Korinther 7, Vers 10. Paulus freut sich, dass die Korinther als wahre Gläubige gottgemäß betrübt worden sind durch das Werk Gottes in ihren Herzen und sie sind umgekehrt. Und er sagt dann als Grundsatz 7, Vers 10, denn die Betrübung ist gottgemäß bewirkt eine nie zu bereuende Buße zum Heil. Buße bedeutet bereuen der Sünde und auch bekennen und innere Umkehr. Das ist alles in dem Wort Buße metanoia enthalten. Also die Betrübnis gottgemäß bewirkt eine nie zu bereuende Buße zum Heil, zur Rettung. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Das war eine Betrübnis der Welt, wo es nicht wirklich darum ging, das Herz dem Herrn zu geben. Und nochmals Sprüche 23, 26 aus der Einleitung. Gib mir mein Sohn dein Herz. Nur so kann man gerettet werden. Das ganze Herz, das ganze Leben dem Herrn übergeben. Und das führt zum Heil. Aber der Pharao endet im Roten Meer. Und nun zur Lehre der Ägypter. Hier sehen wir einen Ausschnitt aus dem Totenbuch der Ägypter, das gerade in der Zeit sogar sehr wichtig war in Ägypten, als der Auszug aus Ägypten stattfand, gemäß der strengen biblischen Chronologie, 1606 vor Christus. Und hier sehen wir im Bild links oben den Pharao im Totenreich, nach dem Tod. Und er kniet vor ganz vielen Göttern. Der erste Gott, der da dargestellt ist, das ist der Gott Ra, der Sonnengott. Und auf der unteren Darstellung sieht man den Pharao und Anubis, der schackalköpfige Totenreich Gott, nimmt ihn an der Hand. Er wird geführt zur Waage des Gerichtes im Jenseits. Also die Ägypter wussten korrekt, es gibt ein Weiterleben nach dem Tod. Mit dem Tod ist nicht alles aus. Und sie wussten, es gibt nach dem Tod eine Abrechnung. Aber dieses Wissen, diese Wahrheit, die sie noch kannten, haben sie mit ihrer Religion völlig verdreht und verfinstert. Alles ist durchdrängt von Abgötterei, Götzendienst. Nun, sehen wir auf dieser Waage, auf der linken Seite, da ist das Herz des Pharao. Und auf der rechten Seite sieht man eine Feder und die Feder ist in der alter ägyptischen Hieroglyphen Schrift das Schriftzeichen für Wahrheit. Und die Ägypter lehrten, die Göttin Maat ist die Göttin der Wahrheit und sie wiegt das Herz und untersucht, ob wahr ist. Und die Ägypter lehrten, das Problem ist, das Herz des Menschen sagt im Jenseits die Wahrheit aus. Aber das führt natürlich zur Verdammnis, zum Gericht. Denn wenn das Herz die Wahrheit sagt, jawohl, der Pharao hat das und das und das gesündigt in seinem Leben, dann wird er verdammt. Und so haben die Ägypter gelehrt, es ist ganz wichtig, dass man das Herz verhärtet, damit es nicht die Wahrheit sagt. Sie lehrten in dem Gericht, wo Osiris, der Gott Osiris auf dem Richterthron sitzt, da wird eine Liste verlesen mit Sünden und der Pharao muss jede Sünde verneinen. Nein, das habe ich nicht gemacht, das habe ich nie gemacht, das habe ich nie gemacht und wenn er alles abstreiten kann, dann kann er weiter ewig leben. Und im anderen Fall sieht man hier Amit unter der Waage, dieses schreckliche Biest, das zusammengesetzt ist aus verschiedenen Tieren, ein Löwe, der Hinterteil ist ein Schwein, man nannte Amit auch diese Göttin das Schwein, die frisst dann die Seele des Pharao. Hier steht sie bereit. Und nun haben die Ägypter gelehrt, wenn der Pharao gestorben ist, muss man im Zusammenhang mit der Einbalsamierung mit einem Skarabeus Stein, also ein Stein in der Form von dem Skarabeus Käfer, muss man mit Magie sein Herz verhärten, damit es dann nicht die Wahrheit sagt, sondern alles abstreitet und dann wird und hier sehen wir nochmals diese Szene Osiris auf dem Richterthron und nun wird entschieden, wer alles abstreiten kann und die Sünde nicht bekennt, sondern bestreiten kann, der wird gerettet. Aber die Bibel sagt genau das Gegenteil. Schlagen wir auf Sprüche 28 Vers 13 Das ist die Grundlage für das Evangelium, für den Weg der Errettung, der da dargestellt ist. 28 Vers 13 Wer seine Übertretungen verbirgt, wird kein Gelingen haben, wer sie aber bekennt und lässt, wird Barmherzigkeit erlangen. Also genau das Umgekehrte und jetzt sehen wir, warum 2. Mose 1 bis 15 so stark zusammenhängt mit Gottes Reden und mit dem Thema wie reagiert das Herz um zu zeigen, diese ganze Lehre ist ein Irrtum. Wir müssen zusammenbrechen und wie Jakobus es sagt, weinen und so richtig umkehren, weinen über unsere Sünde und es wird einfach gesagt, wer seine Übertretungen bekennt und lässt, also auch bereit ist, umzukehren und einen anderen Weg zu gehen, wird Barmherzigkeit erlangen. Aber hier sehen wir das Rote Meer und da endete der Pharao. Dieses Ganze, was wir da sehen in 2. Mose 1 bis 15 steht eigentlich auch unter dem Motto von 2. Mose 12 Vers 12, wo Gott in Verbindung mit dem 10. Gericht, dem Tod der Erstgeborenen sagt, ich werde Gericht üben an allen Göttern Ägyptens, ich der Herr. Und da wurde klar, Horus ist gar kein Gott, er konnte die Erstgeburt der Ägypter nicht retten und auch der Pharao selber konnte seinen Sohn nicht retten, aber im Prinzip waren alle die vielen Götter von Ägypten, die für verschiedene andere Dinge zum Schutz von Ägypten zuständig waren, die wurden alle gerichtet durch dieses Gericht. Und wenn wir das uns überlegen mit den 10 Plagen, sehen wir, dass das dort genauso gilt für alle 10 Plagen. Also, der Pharao wurde klar vorgestellt als dieser Horus, der gar kein Gott ist. Und Knum, dieser bitterköpfige Gott, wurde verehrt als der Gott der Weltordnung. Aber mit den Plagen von Ägypten brach die ganze Weltordnung Ägyptens zusammen. Knum ist kein Gott, Maat, die ich schon erwähnt habe, die Göttin der Wahrheit und der Staatsordnung, die Göttin der Harmonie und des Rechts, sie wurde geschlagen durch diese Plagen über Ägypten. Sie ist nichts und sie kann nichts, aber der Herr steht über allem. Und die einzelnen Plagen haben noch weitere spezifische Aussagen. Und ich möchte jeweils eine Plage vorstellen und einen Gott, der betroffen war. Aber immer waren die Gesamtheit der Götter betroffen. Aber bei der ersten Plage, das Nilwasser wurde zu Blut und wurde ungenießbar. Ein Fluch für Ägypten. Das war ein direkter Schlag gegen Happi, der Nil Gott. Der Nil wurde als Gott verehrt, aber der Herr hat gezeigt, dass er der einzig wahre Gott ist. Zweite Plage Frösche. Nun, der Frosch oder auch die Kröte war eine Erscheinungsweise der Göttin Heket, der Göttin der Fruchtbarkeit und sie wurde geschlagen durch diese Plage. Und drittens, die Läuse, diese eckligen Tiere, die beißen. Es gab in Ägypten die Verehrung von Sepa. Ein Gott, der aussieht wie ein Tausend Füßler. Und er wurde gesehen als der Helfer gegen bösartige Tiere, gegen Schlangenbisse und so weiter. Alles, was eben bösartig ist für die Menschen, er hat vollkommen versagt. Und die vierte Plage, die Ungeziefer, auch dort hat er natürlich völlig versagt, als Helfer gegen bösartige Tiere. Bei der Viehpest, ja, was war denn mit Rechef, hat er geschlafen? Rechef ist der Gott der Pest, aber wenn der Herr eine Pest schickt, konnte der Gott der Pest nichts tun. Sechstens, die Geschwüre. Ja, und was war dann mit Isis? War die gerade auf einer Reise? Das war ja die Göttin der Heilung, aber die Priester selber, die so auf Reinheit der Haut achteten, sie waren so beschämt, dass sie weggingen und sich versteckten vor Schmach und Schande. Isis hat ihnen nicht helfen können. Und als der Hagel kam, wo war Seed, der Gott des Sturmes, der auch gesehen wurde als besonderer Schützer des Pharao? Ja, er war wahrscheinlich gerade in Gedanken. Um so zu argumentieren, wie Elia gegen den Baalskult in 1. Könige 17 argumentiert hat. Und dann, als die Heuschrecken kamen, ja, wo war denn Isis? Osiris, sollte es heißen? Osiris, der Gott der Ernte? Völlig versagt hat Osiris, der Mann von Isis. Und dann die Finsternis, das war eine unvorstellbar harte Strafe über Ägypten. Denn Ra, der Sonnengott, war eigentlich der wichtigste all der Götter. Die Sonne, die Ägypten erleuchtete, aber als die drei Tage Finsternis kamen, auf das Gebot des Herrn hin, wurde klar, Ra ist gar nichts. Er ist kein Gott. Und schließlich, das haben wir gesehen, als die Erstgeburt starb und dann, wie man hier auf dem Bild sieht, massenweise schnell verscharrt wurden, damit keine Seuche entsteht. Wild wurden sie in die Gräber geworfen, die Toten ohne Grabbeigaben, wie sonst üblich. Wo war Horus, der Gott des Kindesschutzes? Nein, er fand das Ende, der Pharao fand das Ende im Roten Meer und es wurde für Ägypten klar, dass der Herr der einzige wahre Gott ist. Und auch für Israel wurde das klar. Der Herr ist der einzige wahre Gott. Er hat die ganze Welt in der Hand. Und wie ist das mit den Plagen heute? Die Corona-Plage, die die ganze Welt betroffen hat. Und da muss man bedenken, ein anderes Religionssystem mit Zentrum in Rom, da werden außer dem Gott der Bibel ganz viele Heilige verehrt. Und diese Heiligen werden angerufen, obwohl die Bibel sagt, dass man solche, die verstorben sind, nicht anrufen darf und mit ihnen keinen Kontakt aufnehmen darf. Das ist Spiritismus. Aber eine der vielen Heiligen ist die heilige Corona. Und die heißt wirklich so. Hier auf dem Bild sieht man eine Darstellung mit ihrer Krone. Sie ist die heilige Corona mit der Krone und sie wurde und wird bis heute in Österreich sehr, sehr beliebt als Schützerin gegen Seuchen verehrt und angerufen. Wo ist die heilige Corona? Hier sieht man eine Darstellung an der Apotheke zur heiligen Corona in der Sechshauser Straße 104 in Rudolfsheim 5 Haus, einem Stadtbezirk von Wien. Sie hat vollkommen versagt und das könnte auch manchen Menschen eine Hilfe sein, um zu erkennen, wer ist der wahre Gott und wen müssen wir allein anrufen und in diesem Zusammenhang wird jetzt deutlich, der Pharao, der sich so identifizierte mit der Götterwelt von Ägypten und selber sich als Gott verehren ließ, ist eigentlich ein Bild von Satan. In 1. Korinther 10, Vers 20 lesen wir, dass das, was die Heiden ihren Göttern opfern, das opfern sie nicht etwa indirekt Gott, so als ob alle Religionen letztlich zum selben Gott führen würden, sondern Paulus sagt ganz klar, das opfern sie den Dämonen. Das heißt, hinter den Götterbildern und hinter den Bildern der Heiligen, sogenannten Heiligen, da stecken Dämonen. Gefallene Engel, die mit Satan gefallen sind und an der Spitze dieser gefallenen Dämonen steht Satan und der Pharao an der Spitze des Staatswesens ist damit ein Bild von Satan, der genannt wird in Johannes 14, Vers 31, der Fürst dieser Welt. Und mit Welt ist natürlich nicht gemeint, diese schöne Schöpfung, die Gott gemacht hat. Das Wort Welt hat verschiedene Bedeutungen in der Bibel und so sagt Johannes in 1. Johannes 2, Vers 17, liebet nicht die Welt noch was in der Welt ist. Er warnt vor der Liebe dieses Systems, an dessen Spitze Satan der Fürst der Welt ist. Und Johannes erklärt dort in 1. Johannes 2, Vers 17 und folgende, dass Satan in diesem Regierungssystem, das er ausübt, genannt die Welt, ein Drei-Punkte-Programm hat. Und zwar wird das genannt in 1. Johannes 2, Vers 16, denn alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches, die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens ist nicht von dem Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Und man kann alle Wirkungsweisen von Satan, um die Menschen irgendwie abzuhalten von Gott, in diese drei Kategorien unterbringen. Lust des Fleisches, Lust der Augen, Hochmut des Lebens. Für Intellektuelle benutzt er zum Beispiel hochgestochene Philosophie, für solche, die weniger so auf sich halten, die gehen gerne jeden Samstag in die Disco, dann ist die Disco der Bereich. Und man kann alles einordnen in Lust des Fleisches, Lust der Augen, Hochmut des Lebens. Und so versucht der Satan durch sein System die Menschen zu knechten. Und wir sehen, die Israeliten waren 2. Mose 1 in Ägypten Sklaven des Pharaos. Sie wurden bedrückt, mit Härte runtergehalten und sie mussten dem Pharao dienen, für ihn arbeiten. Und Mose ging hin und sagt, nein, lass Israel ziehen. Der Herr möchte, dass sie ihm dienen und nicht mehr dem Pharao. Und so ist es der Wille Gottes für jeden Menschen. Er möchte uns, jeden Menschen, aus der Sklaverei von Satan befreien. und er möchte aus uns Anbeter machen. Menschen, die Gott verherrlichen durch ihr Leben und die ihn in Bewunderung und Hingabe anbeten und seine Herrlichkeit preisen. Aber als Mose das vorgestellt hat, dass die Israeliten Gott dienen sollen. Ich lese aus 2. Mose 5, Vers 3, da heißt es, und sie sprachen, der Gott der Hebräer ist uns begegnet. Lass uns doch drei Tage reisend weit in die Wüste ziehen und dem Herrn, unserem Gott, opfern. Also, das Ziel war, die Israeliten sollen aus Ägypten hinausgehen, eine Dreitagesreise, nicht mit einem Volk, aber wenn ein Einzelner diese Strecke zurücklegt, dann gelangt er zum Berg Sinai. Die Israeliten kamen nach dem Auszug ersten dritten Monat dahin, aber die normale Geschwindigkeit wäre gewesen bis zum Sinai drei Tage. Und dort sollten sie Gott opfern, Gott dienen, ein Festhalten, heißt es in 5 Vers 1, damit sie mir ein Festhalten in der Wüste. Und Gott möchte auch, dass wir ihm ein würdiges Fest des Gottesdienstes immer wieder darbringen. Aber was ist die Argumentation des Pharaos? In 5 Vers 4 sagt er, warum Mose und Aaron wollt ihr das Volk von seinen Arbeiten abhalten? Geht an eure Last arbeiten! Arbeiten. Also, die Devise von Pharao ist, die Leute sollen arbeiten und die sollen nicht anbeten. Arbeiten statt anbeten. Das ist die Frage. Wie setzen wir auch als Gläubige die Prioritäten? Was ist wichtiger in unserem Leben? Arbeiten ist wichtig, aber hier wird dieser Welt gedient. Einmal wurde ein ganz intelligenter Mann gefragt und ihm wurde gesagt, oh, sie hätten eigentlich mit ihr Begabung eine grandiose Karriere als Professor machen können. Und dann sagte er, ja, für wen? Das ist die Frage. Wem dienen wir mit unserem Leben und mit unserem ganzen Einsatz? Und das ist die Frage. Ob dem Pharao, ein Bild von Satan oder Gott. Das ist die Sache. Aber hier sagt er, Arbeit für den Pharao anstatt Anbetung. und später der Pharao kommt unter Druck, da hat er Kompromisslösungen bereit. In Kapitel 8, Vers 21 und der Pharao rief Mose und Aaron und sprach, geht hin und opfert eurem Gott im Land. Also, ihr dürft Gottesdienst bringen, aber bitte geht nicht weg in die Sinai-Wüste, sondern macht das hier in Ägypten. Und so ist es, der Satan lässt Menschen gehen, um Gottesdienst zu feiern, aber sie müssen das auf eine weltliche Art tun. Mit weltlicher Musik und mit weltlichem Spaß dabei. Und Mose geht nicht darauf ein. Nein, wir machen nicht Gottesdienst in der Welt, gewissermaßen. Vers 24, da sagt er, als zweite, als weitere Kompromisslösung, ich will euch ziehen lassen, damit ihr den Herrn, eurem Gott, in der Wüste opfert. Nur, entfernt euch nicht so weit. Also, ihr müsst nahe bei der Welt bleiben, nicht in der Welt, aber nahe bei der Welt. Und Mose sagt, nein, kommt nicht in Frage. Wir trennen uns ganz klar von Ägypten. Nur so geht Gottesdienst. Und dann, in Kapitel 10, wem noch unter weiterem Druck, sagt schließlich der Pharao, 10, Vers 10 am Schluss, gebt Acht, denn ihr habt Böses vor. Nicht so, zieht doch hin, ihr Männer, und dient dem Herrn, denn das ist es, was ihr begehrt habt. Also er sagt, gut, ihr dürft gehen, ihr dürft euch ganz klar trennen von der Welt, aber nicht alle, nur die Männer. Nun, Mose hatte bereits vorhin erklärt, wie das aussieht. In 10, Vers 9 sagt er, mit unseren Jungen und mit unseren Alten wollen wir ziehen, mit unseren Söhnen und mit unseren Töchtern, mit unserem Kleinfieh und mit unseren Rindern wollen wir ziehen, denn wir haben ein Fest des Herrn. Also alt und jung, alle zusammen. Also nie darauf hören, wenn man sagt, wir machen nur Männergruppe oder wir machen nur die jungen Leute und die älteren. Gottesdienst 1 und Gottesdienst 2. Und da fegt die Musik und dort ist es dann ein bisschen konservativer. Das geht gar nicht. Mose sagt nein, alle zusammen. Und das Kleinvieh, die Rinder müssen mit, denn die brauchen wir, um wirklich Substanz zu haben für die Anbetung. Nicht so einfach ein lustiges Feiern, sondern wir bringen Opfer dar, die ein Hinweis sein sollten auf das spätere Opfer des Erlösers. Und dann noch eine Kompromisslösung. das mit der Männer Gruppe kam auch nicht gut an. Übrigens, damit habe ich nichts gesagt gegen spezielle Männerzusammenkünfte oder spezielle Jungen Zusammenkünfte, aber wenn es geht um Gemeinde, Gemeinde sein am Ort und als Gemeinde Gottesdienst zu feiern, dann will Gott die ganzen Familien. Und dann 10, Vers 24 Und der Pharao rief Mose und sprach, Zieht hin, dikt dem Herrn, nur euer Kleinfieh und eure Rinder sollen zurückbleiben. Auch eure kleinen Kinder mögen mit euch ziehen. Und Mose sprach, auch Schlachtopfer und Brandopfer musst du in unsere Hände geben, damit wir dem Herrn, unserem Gott opfern. Und er sagt ihm so klar, so muss auch unser Vieh mit uns ziehen, nicht eine Klaue darf zurückbleiben. Denn davon werden wir nehmen, um dem Herrn, unserem Gott zu dienen. Wir wissen ja nicht, womit wir dem Herrn dienen sollen, bis wir dorthin kommen. Also es war klar, alles muss mit, sodass wir wirklich Inhalt haben für die Anbetung und einmal dort angekommen am Sinai, wer sagte, wie man opfert und wie man anbetet, Gott hat es mitgeteilt. Zum Beispiel in 3. Mose 1, 2, 3 bis 7, im Detail und in vielen weiteren Kapiteln. Nicht wir nach unserer Fantasie werden gefragt, was Gottesdienst ist, sondern Gott sagt uns in seinem Wort, was ihm gefällt, was ihn ehrt. Und all diese Tiere sprechen, diese Opfertiere sprechen von der Herrlichkeit des Herrn Jesus. Und so ist ein Gottesdienst ohne diesen Reichtum der Anbetung, wo es darum geht, um die Einzelheiten, die sichtbar sind in den Opfern, die Opfer mussten ja aufgeschnitten werden und die einzelnen Teile mussten gesondert werden und so dem Herrn dargebracht werden. Das ist Anbetung, die ins Detail geht und im Detail beschreibt die Herrlichkeit des Herrn Jesus. Und wie war das möglich, dass dieser Gottesdienst zustande kommen konnte für Israel? Es ging nur durch die Erlösung durch das Lamm. Bei der zehnten Plage spielte das Lamm, das Opferlamm, das Passalamm eine ganz wesentliche Rolle. Wir können über 2. Mose 12 über das Passa schreiben, Johannes 1, Vers 29, wo Johannes der Täufer sagt, siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegträgt. Menschen mussten aus der Sklaverei der Sünde heraus befreit werden, nicht mehr Satan dienen, sondern dem Herrn dienen. Und es war vorgeschrieben, am 10. des Monats, Nisan und Abib musste das Lamm ins Haus genommen werden, in Verwahrung genommen werden. Die Kinder durften vier Tage mit dem Lamm spielen, zu Hause in der Wohnung und ihre Herzen wurden mit dem Lamm verbunden. Aber dann am 14. schreibt 2. Mose 12 vor, musste das Lamm geschlachtet werden. Das war schrecklich für die ganze Familie und auch für die Kinder, denn die Herzen waren nicht hart, sondern weich gegenüber dem Lamm. Jetzt muss das sterben. Es gibt keinen anderen Weg, damit die Erstgeburt vor dem Gericht Gottes verschont bleibt. Gott sagt in 2. Mose 12 Vers 13 Und das Blut soll euch zum Zeichen sein an den Häusern, worin ihr seid. Und sehe ich das Blut, so werde ich an euch vorüber gehen. Erlösung durch das Blut des Lammes. Und nur auf dieser Grundlage, dass wir das Blut des Herrn Jesus in Anspruch nehmen, können wir Gott dienen. So ging das Volk in die Freiheit bis an den Sinai und da wurde einen Tempel bauen, die Stiftshütte. Und Gott schreibt genau vor, wie die Opfer zu seiner Ehre dargebracht werden sollen. Und um diese Stiftshütte zu bauen, da brauchte es viel Herz. Wirklich im wörtlichen Sinn, aber nicht verhärtete Herzen. Wenn wir ganz kurz noch aufschlagen zum Schluss, in 2. Mose 31, wo es geht um den Bau Stiftshütte, heißt es in 31, 6, und ich, sagt der Herr, und ich, siehe, ich habe ihm, Oholiab, den Sohn Achisamax vom Stamm Dan beigegeben, dem Künstler Bezaleel, und in das Herz eines jeden, der weisen Herzens ist, habe ich Weisheit gelegt, dass sie alles machen, was ich dir geboten habe. Das ist so anders als das verhärtete Herz des Pharaos und seiner Knechte. Menschen, die weisen Herzens sind, in solche Herzen, die schon weise sind, kann Gott noch mehr Weisheit hineinlegen. Dann, Kapitel 35, Vers 26, und alle verständigen Frauen, die ihr Herz trieb, spannen das Ziegenhaar, die Decken der Stiftshütte. Frauen, aber nicht irgendwelche Frauen, verständige Frauen, und die hatten ein Herz, und dieses Herz trieb sie an, diesen Dienst zu tun, am Haus Gottes, den sie konnten, wo sie ihre künstlerischen Fähigkeiten einbringen konnten. Und dann lesen wir in Vers 34, und zu unterweisen hat er ihm ins Herz gelegt, ihm, Bezaliel, und Oholiab, dem Sohn Achisamax vom Stammedan. Er hat sie mit Weisheit des Herzens erfüllt, um jedes Werk des Künstlers und des Kunstwebers und so weiter zu machen. 36,1 Und bezahle Elende Oholiab und alle Männer, die weisen Herzens waren, in die der Herr Weisheit und Verstand gelegt hatte, damit sie alles Werk der Arbeit des Heiligtums zu machen wussten. Und zwar nicht in eigener Fantasie, taten nach allem, was der Herr geboten hatte. Gemeinde bauen, entspricht Stiftshütte bauen, das müssen wir nach den genauen Anweisungen der Schrift tun. Und das müssen wir umsetzen und können nicht sagen, das geht heute nicht mehr. Doch, das geht. 36,2 Und Mose rief, bezahle Elende Holiab und jeden Mann, der weisen Herzens war, in dessen Herz Gott Weisheit gelegt hatte, jeden, den sein Herz trieb, ans Werk zu gehen, um es zu machen. Und dann auch wieder in Vers 8 und alle die weisen Herzens waren unter den Arbeitern des Werkes machten die Wohnung aus zehn Teppichen. Ist das nicht wunderbar? In dem gleichen zweiten Buch Mose, wo es in den ersten Kapiteln um dieses harte Herz geht, geht es in der zweiten Hälfte um diese weisen Herzen. Herzen, die dem Herrn gegeben wurde. Gib mir, mein Sohn, dein Herz. Und das soll der Sinn dieser Predigt sein, dass es uns dazu führt, noch mehr, noch deutlicher unser Herzen ganz dem Herrn zu geben, um für ihn da zu sein. Und in Psalm 95, Verse 7 und 8, da haben wir von König David einen Rückblick auf die 40-jährige Wüstenwanderung. Und was sagt Gott heute, wenn ihr seine Stimme hört? Verhärtet eure Herzen nicht. In der Wüstenwanderung haben die Israeliten ständig ein verhärtetes Herz gezeigt. Ja, aber die waren doch gerettet. Ja, gerettet aus Ägypten und trotzdem wurde ihr Herz immer wieder von Härtigkeit erfüllt. Dann hat das Ganze auch eine Bedeutung für wahre Gläubige. Ja, natürlich. Und ganz zum Schluss noch Markus Evangelium. Drei Verse. Und dann haben wir es geschafft. Markus 6 nach nach der Speisung der 5000, da heißt es in Vers 52, ab Vers 51, und er stieg zu ihnen in das Schiff und der Wind legte sich und sie erstaunten sehr über die Maßen bei sich selbst und verwunderten sich, denn sie waren durch die Brote nicht verständig geworden, sondern ihr Herz war verhärtet. Keine Verständigkeit, sondern hartes Herz. Und das wahre Gläubige, die elf Apostel waren, wahre Gläubige, im Kontrast zu Judas. Und später nochmals in Markus 8, und das war nach der Speisung der 4000, da sagt der Herr Jesus in Vers 17, und als Jesus es erkannte, spricht er zu ihnen, was überlegt ihr, weil ihr keine Brote habt, begreift ihr noch nicht und versteht auch nicht, kein weises Herz, das begreift, versteht, habt ihr euer Herz verhärtet, Augen habt ihr und seht nicht und Ohren habt ihr und hört nicht und erinnert ihr euch nicht? Gläubige, die blind sind, weil das Herz verhärtet ist und schließlich sogar nach der Auferstehung in Markus 16, da begegnete Auferstandene den Elf Aposteln. Vers 14, nach ihr aber, als sie zu Tisch lagen, offenbarte er sich den Elfen und schallt ihren Unglauben und ihre Herzenshärtigkeit, dass sie denen, die ihn auferweckt gesehen hatten, nicht geglaubt hatten. Gläubige, die anderen Gläubigen, die es ihnen wirklich bezeugen konnten, nicht geglaubt haben. Was ist das Hindernis? Herzenshärte. Und so kann Herzenshärte auch ein Hindernis sein, dass wir auf Predigten, wo der Herr zu uns spricht als Gläubige, nicht darauf hören und keine Konsequenzen daraus ziehen. Und wir sehen, der Herr schallt ihren Unglauben und ihre Herzenshärtigkeit. Und so soll das alles eine Ermutigung sein, gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass deine Augen gefallen finden an meinen Wegen.